Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video aus der 18. Arena Saison. Heute sind wir mit dem amerikanischen Zerstörer, der AM Sumner unterwegs. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns kurz an, welche Module, Verbesserung und Kapitänskillung ich nutze. Ich nutze Zielsystem Mod 1, den Antriebs Mod 2, als drittes Tarnsystem Mod 1, zu guter Letzt Hauptbatterie Mod 3 und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Und als Kapitän nutze ich den William Halsey mit der Basisfähigkeit, ich meine es böse und geskillt habe ich einmal aufmerksamer Zorn, Mörser, denn aufmerksam als viertes Nebel über dem Wasser, als legendären Skill unaufhaltsam und bei den Inspirationen nutze ich den Erich Bay und den William Sims. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht, auf der Karte Gefahrenherd, Mitarbeiter, Tactic Angel in der Seattle. Und ja, die mit Abstand ungeeigneteste Karte hier für die Arena-Gefechte viel zu klein. Guckt euch mal an, wir sind jetzt noch mehr oder weniger beim Startpunkt und können mit einem Zerstörer in die Mitte der Karte schon schießen. Mit einem Schlachtschiff oder Kreuzer ist diese Karte einfach eine pure Katastrophe. Wir haben übrigens noch ein Schlachtschiff mit dabei, eine Musashi. Und haben hier den Nachladebooster für unser Team eingesammelt. Ich versuche jetzt hier den zweiten zu bekommen, aber der Tactic dort mit seiner Seattle schon kurz davor aufgeklärt zu werden. Von daher werde ich versuchen, den Buff dort erstmal in Ruhe zu lassen. Haben dort ein paar Torpedos hingeschickt, der in die Richtung direkt am runden Start. Und versuche dort vielleicht den Tactic zu nebeln, damit er einfach länger überleben kann. Oh, wir haben dort sogar blind mit unseren Torpedos einen von den Zerstörer getroffen vom roten Team. So, wir setzen jetzt hier mal die Nebelwand ab. Ihr seht schon oben rechts, das hellrote Team kommt leider auch schon von oben. Das heißt, wir kommen hier direkt ins Kreuzfeuer. Eröffnen jetzt hier auch unser Feuer, um dort zu helfen, weil die Pommern wird ein Problem werden. Durch das Sonar kann der Tactic auch nicht ewig hier unseren Nebel genießen, wenn die Pommern weiter nach vorne fährt. Und daher versuchen wir, so gut wie es geht, Schaden zu machen. Da kommen Torpedos. Da können wir soweit zum Glück ausweichen. Unsere Musashi macht das eigentlich relativ gut. Hat sich nicht wirklich vom Startpunkt weg bewegt. Versucht dort mehr oder weniger zu beiden Seiten ein bisschen anzuwinkeln. So, wir sind jetzt auch mittlerweile schon in der Sonarreichweite. Versuchen jetzt hier die Hayate, die wir schon mit einem Torpedo getroffen haben, runter zu schießen. Musashi hat sogar auch mit drauf geschossen. Und damit ist wenigstens der Zerstörer schon mal draußen. Pommern hat zwar keinen Sonar mehr aktiv, aber der Tactic ist natürlich trotzdem aufgeklärt durch seinen schlechten Tarnwert beim Feuern im Nebel. Hier können noch zu sein. Pommern, wahrscheinlich mehr oder weniger unfreiwillig hier sogar ausgewichen, weil er seinen Griff rumgezogen hat, um alle Geschütze auf den Tactic zu bekommen. Und wir haben natürlich auch noch die Suyus vom anderen Team auf der rechten Seite. Die sind auch mittlerweile hier mit AP. Machen auf jeden Fall der Pommern hier wirklich gut Schaden. Leider wird der Tactic jetzt hier auch per vernichtenden Schlag von der Pommern rausgenommen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, auch wenn wir die Pommern jetzt hier runterschießen konnten, ohne irgendwelche Trefferpunkte zu verlieren. Aber auch unsere Musashi war dort natürlich relativ beschäftigt im Kampf gegen die Seattle. Und der Zerstörer vom hellroten Team ist dort auch bereits in der Basis drin. Das heißt, wir müssen dort versuchen, hinzukommen. Ich glaube nicht, dass das orange Team dort versucht, die Basis zu verteidigen, weil das Team auch schon die Zerstörer verloren hat. Wird hier auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit. Insgesamt sind halt noch drei feindliche Radarkreuzer am Leben. Okay, unsere Musashi schafft es hier auf jeden Fall, die Sowjetski Suyus rauszunehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und die Don's Girl sollte dort auch relativ schnell rausgehen. Die war dort ja alleine gegen das orangene Team, wo wir die anderen zwei roten Spieler rausgeschossen haben. Ja, damit ist die Don's Girl draußen. Ich muss aber hier schnell in die Basis rein, um den Zerstörer zurückzusetzen. Müssen aufpassen, Buffalo ist dort in der Nähe. Verlieren jetzt hier. Unsere Musashi. Dreh jetzt hier auf jeden Fall, weil ich will keine Torpedos kassieren. Hätten natürlich weiterhin unsere volle Hop-Batterie nutzen können. Aber ein Torpedo kassieren und die Runde ist gelaufen. So viel Schaden können wir uns hier nicht erlauben. Die Hayat ist dort komplett überfordert, was die Hop-Batterie angeht. Hat ihr Schiff so gedreht, dass er gar nicht schießen konnte. Hat zwar jetzt hier knapp überlebt, aber das nächste Mal, wenn wir die Hayat aufklären sollten, müssten wir dort Kollegen auch relativ einfach rausnehmen. Raus nehmen und Ziel war es ja sowieso nur die Basis zurückzusetzen. Mittlerweile werden wir jetzt vom orangenen Team von hinten angegriffen. Ich hoffe, dass die zwei gegnerischen Teams sich natürlich jetzt gegenseitig ordentlich runterschießen und bekämpfen. Von daher werden wir jetzt hier erstmal eine ruhige Kugel schieben, würde ich sagen. Das eine Team ist rechts, das andere links. Halten wir uns mal hier unten auf. Okay, wir sind jetzt hier wieder kurz von der Hayat aufgeklärt. Haben natürlich hier den deutlich schlechteren Tarnwert. Sind jetzt auch geraddert. Geraddert. Oh, aber das ist nicht die Buffalo. Hm. Das heißt, die andere Buffalo muss auch irgendwo in der Nähe sein. Ich versuche jetzt hier einfach nochmal auf Verdacht irgendwie den Zerstörer zu treffen. Der hier noch irgendwo rumfährt. Okay, der Zerstörer hat das Cap hier verlassen. War dort wahrscheinlich auch von der Buffalo geraddert. Frage ist halt, wo ist die feindliche zweite Buffalo? Okay, Frage beantwortet. Kommt hier leider direkt von hinten. Das bringt uns natürlich in eine ultra schlechte Position. Hinter uns ein Radarkreuzer. Und der einzige Fluchtweg, den wir hier haben, ist in einen anderen Radarkreuzer reinfahren. Das ist natürlich alles andere als optimal. Aber schauen wir mal. Und hier einfach mal. Okay, das ist Richtung. Pommern, ein Fächer. Den zweiten Fächer können wir uns vielleicht für die Buffalo hinter uns aufsparen. Können wir vorstellen, dass die Buffalo dort wahrscheinlich gleich ins Cap dreht. Macht auf jeden Fall keinen großen Sinn, wenn er jetzt dort weiter geradeaus Richtung Karten ranfährt. Ist ja natürlich schön, wenn wir hier die Pommern treffen könnten. Okay, wir droppen einfach mal hier. In der Hoffnung, dass er dort die volle Drehung macht. Und in den Cap-Punkt reinfährt. Okay, die Hayate wurde gerade hier rausgenommen von der Pommern. Die hatte ja wirklich nichts mehr an Trefferpunkten. Wir versuchen jetzt hier vielleicht mit unserer Hop-Batterie noch einen Brand zu machen. Das wäre super. Obedos sehen gar nicht mal so schlecht aus, muss ich dazu sagen. A Trefferpunkte konnten wir der Buffalo runterschießen. Aber ja, hier auf der anderen Seite der Insel erwartet uns halt noch eine zweite Buffalo. Ja, Torpedos. Ja, könnten immer noch gut aussehen. Ja, okay. Ein Torpedotreffer. Keine Flutung. Schade. Die zwei wären natürlich super gewesen. Nutzen jetzt auch den Motorboost, um schnell hier bei einer Lücke vorbeizukommen. Okay, hier ist die Buffalo. Hat nicht mehr viele Trefferpunkte. Werde die Buffalo jetzt aber nicht, also bewusst nicht beschießen, weil... Ich möchte, dass die Buffalo noch so viel Schaden wie möglich zu den anderen zwei Gegnern macht. Okay. Ja, so viel Schaden wie möglich. Schaden war ungefähr bei null. Das war natürlich nicht so schön. Und jetzt haben wir hier immer noch zwei Schiffe. Ein Radarkreuzer plus ein Sonar-Schlachtschiff gegen uns. Das ist natürlich sehr unangenehm. Eröffnen hier einfach mal ein bisschen das Feuer, um den Punkt zurückzusetzen. Sowohl die Buffalo als auch die Pommern. Weil ich versuche erstmal jetzt hier oben rumzukommen. Und das heißt, wir brauchen hier einen zurückgesetzten Punkt, um überhaupt die Zeit zu haben. Okay. Ist uns aber auch relativ gut geglückt. Nochmal ein bisschen Schaden konnten wir zusätzlich machen. Müssen uns aber jetzt wirklich beeilen. Motorboost läuft noch 30 Sekunden. Frage ist natürlich auch, bleiben die Gegner an der Basis oder sind sie gierig, weil sie in Überzahl im klaren Vorteil sind und wollen hinter mir herfahren. Arena-Technisch macht es natürlich immer Sinn, jedes Schiff auf der Karte, gerade so ein Zerstörer mit fast vollem Leben, noch rauszunehmen, um dort die Punkte für den Modus zu maximieren. Und das ist ja auch das Einzige, wo es drauf ankommt. Wird auf jeden Fall eng, wenn sie sich dort beide hinter irgendeiner Insel im Cap verstecken, dann könnte es das gewesen sein. Wir dürfen aber auch nicht viel dichter ranfahren, weil wenn wir deckt, dicht rumfahren und dann geradert werden, dann ist die Runde auf jeden Fall verloren. Müssen dort irgendwo noch links sein. Wird ganz, ganz knapp. Eben vorhin haben wir ja schon den Zerstörer so knapp zurückgesetzt. Jetzt wird es wieder knapp. Okay, Pommern konnten wir aufklären. Sehr, sehr wichtig. Hauen hier unsere Torpedos Richtung Pommern und Buffalo und konnten hier wieder beide Schiffe zurücksetzen, was uns wieder Zeit erkauft. Versuchen hier auf maximaler Reichweite zu bleiben, um es für die Gegner schwieriger zu machen und zu treffen. Wir haben natürlich noch einen Nebel, aber ohne Aufklärung bringt uns den Nebel natürlich nicht wirklich viel. Versuchen hier auch wieder den Brand zu machen für die Buffalo, um das Schadensbegrenzungsteam vielleicht rauszunehmen. Uh, aber die Buffalo hat hier schöne Drehungen gemacht. Könnte hier eine Bekanntschaft mit unseren Torpedos machen. Sieht die Torpedos anscheinend. Eins. Uh, okay, das war sehr, 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 sehr wichtig. Allerdings müssen wir jetzt wieder zurückkommen, um die Pommern zurückzusetzen. Außer wir landen dort noch weitere Torpedotreffer. Die linken, äh, die rechten zwei Torpedos, die könnten vielleicht gut aussehen. Ah. Oh, eins und zwei. Alles klar. Zwei Torpedotreffer und damit nochmal den Cap-Punkt zurückgesetzt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und wir haben hier natürlich die Kills. Wir haben vier Kills. Das orange Team, nachdem ich die Buffalo versenkt habe, nur drei Kills. Das heißt, ich muss die Pommern nicht, äh, nicht mehr versenken, um die Runde zu gewinnen. Sondern ich muss lediglich dafür sorgen, dass die Pommern den Punkt nicht einnimmt. Und, äh, ich bin mir eigentlich schon fast sicher, dass es jetzt nicht mal reichen würde für die Pommern. Dadurch, dass unsere Torpedos dort natürlich auch den Fortschritt von der Pommern zurückgesetzt haben. Zwei Minuten dreißig dauert es, um die Basis einzunehmen. Ah, könnte doch knapp werden. Aber ich glaube aber, wir sind schon auf der sicheren Seite. Aber wir haben noch 10.000 Trefferpunkte. Die Pommern dürfte dort auf jeden Fall nicht uns mit einer Salve rausnehmen können. Speziell, wenn wir vielleicht hier auch ein bisschen Inseln noch nutzen können. Können wir ihn hier kurz aufklären. Das wäre optimal. Können wir ihn hier kurz aufklären. Eine Salve ist draußen. Und holen uns hier die nächsten Reset-Punkte. Und damit ist die Runde garantiert gewonnen. Schießen die aber trotzdem noch, weil wir haben dort eigentlich kein großes Risiko, dass die Pommern uns hier rausnimmt. Das wird nicht passieren. Noch einen weiteren Reset nehmen wir uns hier. Und wir schaffen es hier, die Runde zu drehen. Im Zerstörer mit einem Kreuzer oder Schlachtschiff wäre das in der Runde sicherlich nicht möglich gewesen. Einfach, weil die Karten so klein sind durch den schlechten Tarnwert, ist man dort halt einfach aufgeschmissen. Haben sie aber geschafft, für unser Team noch den Runden-Sieg zu gewinnen. Müssen nur noch die 13 Sekunden abwarten. Ich würde natürlich gerne nochmal die Basis hier resetten. Aber die Pommern ist dort irgendwo hinter der Insel. Fühlt er sich wohl hinter. Und die Runde ist gewonnen. Sehr geil. 153.000 Schaden wurden es am Ende. Mit 281 Hop-Batterie-Treffern, 6 Torpedotreffer, 2 Ausfälle, 2 Schiffe zerstört, 2 Brände, 4 Wassereinbrüche, 16 Mal die Basis verteidigt. Also die haben wir richtig, richtig stark verteidigt in der Runde. Die hat hier keiner einnehmen können. Und das war natürlich auch der Schlüssel zum Sieg. Denn 11 Schiffe insgesamt aufgeklärt. Natürlich einige mehrmals. Dann gab es Einzelkämpfer und Großkaliber. Schauen uns auch schnell das Teamergebnis an. Richtig geile Runde. Hier fast 5.000 Basis-EP. Der Taktik hier leider nicht viel Glück gehabt. Konnte dort natürlich nicht viel machen. Und unsere Musashi hier auf jeden Fall auch solide gespielt. Dort auf jeden Fall die Suyus quasi alleine rausgenommen. Schauen uns noch schnell den Wirtschaftszweig an. 352.000 Kreditpunkte. Profit gemacht mit dem einfachen Booster. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung. So Leute, das soll es auch mit dem heutigen Video aus der 18. Arena-Saison gewesen sein. Ganz nach dem Motto. Keiner nimmt hier die Basis ein. 16 Mal verteidigt. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und dass wir die Runde noch in einen Sieg verwandeln. Nachdem unsere Musashi und Taktik schon draußen waren. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr erwartet. Aber das hat noch irgendwie funktioniert. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute. Haut rein. Ciao, ciao.